sind Prozent herr Küber Eger wenn irgendwas bei mir kaputt ist du noch mal 2 1 es ist so gut ich kann leider nie gehen meine Tür zu knallen das geht leider diesmal nicht mit den Sachen hängen noch da zum trocknen ein faules Stück Scheiße nie räumst du deine Sachen weg nein die hängen da zum trocknen über der Tischkarte ja überall über die Kante also wirklich ich muss echt bei unserem Vermieter mal beschweren du musst mehr Miete zahlen ich muss weniger bezahlen so geht das nicht in unserer YouTube WG das geht so wirklich nicht ich wollte gerade sagen seit wann wohnt wir uns gemeinsam und du sitzt ja fast hinter mir genau äh na wir haben noch wir haben noch letztens eine WG gegründet das haben wir doch noch vor der Gamescom sogar stimmt stimmt da war ja was haben wir doch gesagt ja wir ziehen jetzt zusammen und wir treffen uns in der Mitte weil ich ja in Potsdam wohne und du halt woanders und wir treffen uns in der Mitte dann haben wir gesagt wir treffen uns in der Mitte dann habe ich gesagt ja klar kein Problem können wir machen treffen wir uns im Erzgebirge eigentlich wir wohnen jetzt in Moskau eigentlich wollten wir in Köln aber da haben wir keine Wohnung gekriegt also das wissen ja die Leute nicht wer ist Kajo? Fragezeichen was Kajo? ja guck im TeamSpeak gerade in der Eingangshalle wer ist Kajo? die Aufnahmen abbrechen oder? ist ein Typ aus Russland oder Polen oder so? ey das ist ein neuer Mitbewohner ach ja stimmt ja also ich irgendwie habe ich das Gefühl da wird gleich ein von uns anschreiben der wird kein von uns anschreiben der geht gleich wieder es ist so wie immer entweder das nein ich weiß es ok wir warten mal obwohl es wirklich so sein wird dass er gleich wieder gehen wird aber nice wie gesagt es ist immer dasselbe obwohl ich war halt mal über einen Tag lang auf dem TeamSpeak und hab das halt mitgekriegt die Leute kommen also so irgendwelche random Leute kommen teilweise ja einfach rauf die ich noch nie gehört habe ja ebenso gesehen habe komm rauf bleiben zwei Minuten in der Eingangshalle und werden dann entweder vom Programm gekickt oder gehen selber keine Ahnung was ist boah ich muss mir erst mal im Hintergrund jetzt Musik anmachen das ist mir zu leise dann fangen wir mal durch andere Sache warum kommt die überhaupt drauf keine Ahnung oder woher haben die IP ja das will ich noch das will ich gar nicht wissen ich habe zwar auch letzt mal angesprochen dass ich hier mal irgendwie was machen wollte also die Webseite gibt es ja gar nicht mehr doch die neue ach gibt es wieder eine ne die haben ja die haben ja irgendwie aufgelöst weil sie alle keine Zeit hatten durch die Arbeit und jetzt haben und äh und hier äh Tienchen Seite mit Kind und da noch das und Frau und alles wir haben so irgendwie Zeit gefunden gehabt und haben dann mal wieder was gemeinsam gemacht die aber auch gerade wieder ein bisschen äh besteht sagen wir es mal so ja solange es den Teamspeak hier noch gibt wie gesagt ansonsten steigen weit auf Discord um es gibt so ich sage jetzt mal es ist sowieso ein Wundersteil überhaupt noch gibt also ich überleg grad was ich was ist ein uh okay den können wir eh bauen aber Juyumeta Assembler der warte mal das hab ich mal gelesen also ich entweder der macht halt direkt so Juyumeta Rezepte oder der verbraucht es und macht da draus Energie EU Stowage und äh geht was rein aber steht nicht schon mit draus also wird das irgendwie den kann man aber auch nicht bauen das ist bestimmt wieder so ein Conflict Ding ja ich guck grad so alles durch was man so noch bauen könnte weil ich grad irgendwie so ein bisschen äh ach stehst du wieder auf der Leitung oh ja ganz immer meinen Wüsten vorzeigen ah gut ist zwar bei weitem noch nicht fertig aber äh ach ne stimmt Wüsten Koloss ich hab's ja umgenannt mir gerade mal so auf aber erstmal ein Fisch hm erstmal ein Fisch das muss ich grad überlegen wo ist in die Wüste die ist hinter den Query Feldern aber oder hinter den Query Feldern irgendwie äh hinter dem Fisch ach hinter dem Fisch genau gut ich war seit lange nicht mal da hinten stimmt Wau warum will ich denn uns hinlaufen ich warte einfach auf den Fischfahrer ja du kannst doch einfach auf den Fischfahrer warten dann fährst du mit dem mit Eingangstor da kommt er ja sogar schon oder da brauche ich eine ganze Menge dafür das wird dauern fuck ich hab's nie reingeschafft er wird gleich nochmal anhalten mit Kohle und Wasser obwohl aber nie so lange das heißt das wird springen doch ich hab's geschafft nice weil ich bin auch hier sicher also selbst vom Monster bin ich sicher das scheiß fährt alles um das kommt vor nur noch von irgendeinem skelett gesnipet wird oder ein creeper explodiert ähm ich würd mal sagen im im wald macht es eken Unterschied hier fliegst du hier wieder in der luft okay das ist allgemein so cool mit diesen ganzen kart glitches an die ist meine stadtbahn 1 ich liebe lila ha cool eine männliche farbe ist männlich pro fahrt klima jeweils sechse von einem aus lotto mit meinem männlichen männerbart so fischfarben acht da hinten ist beginnst du die folge depone ist so lustig wirklich konnte mich nicht mehr einkriegen vor lachen so dämlich lotto habe ich mein männlichen männerbart ich musste so lachen okay wie soll ich gar nicht mehr so viel cent ist schon bei meinem wüsten koloss oder ja ja ich bin grad hier so abgad bekanntschaft geschlossen mit herr creeper nein digga wenn irgendwas bei mir kaputt bist du noch mal tot ne ne bei dir ist nicht kaputt gegangen so leute das kotzt mich grad hier an deswegen mache ich mal das hier nur und andere überlebt doch wie bist du noch am leben warum lebst du noch das stand ist genau daneben chill und lauf einfach weg creeper mehr hp als eine explosion das ist mein freund okay chunk fehler nice ich habe irgendwie angst wieso da kommst du so nicht rein ich weiß du hast den geheimen knopf da unten what gerne ja nennen wir es gar nicht klappt tschüss basalt achso dafür basalt ok wie mache ich das denn jetzt oh nein ein glück ist noch ganz ich wollte gerade warte mal ich wollte dich sowieso gerade was fragen warum hattest du Angst dass was kaputt geht du hattest doch ja mir ist auch gerade aufgefallen warte mal das kann gar nichts kaputt gehen das mob griefing ist ja aus das ist mir vor uns aufgefallen äh weil nicht kaputt geht naja stimmt haben wir haben wir vorletzte folge die wir zusammen aufgenommen haben bei der gamescom guck mal habe ich das eingestellt so lange schon her ja frame motor ah wie mache ich das denn oh ich weiß was ich mache ich gucke mal was dieser äh motor macht ja so ist mir das tor zu klein so und in letzter zeit ich sage diesmal in letzter zeit und für die leute die es genau haben wollen am 3. september 2016 das ist nämlich ein sonntag habe ich was probiert ihr werdet sehen ob das funktioniert hat oder nicht ob man pc mal mitgemacht hat oder nicht youtube stream ich weiß gar nicht kann man die nachhinein noch angucken ja es wird als ganz normales video gelistet ach das ist auch nicht schlecht zumindest ist bei gp so man muss das noch so freischalten warum sind ach so ich wollte gerade sagen warum ist hier ein grüner baum mit silberblättern aber die textur lädt einfach bloß nie muss auf die blätter textur lädt nice so ah da kommt dazu kann ich mir denn noch so schönes anhören das kannst du hinten so gut als timer nehmen wenn 6 püsche drin sind dann weißt du dazu dass du dazu kommt gleich ich bin gespannt wie das meine musik ist da brauchst bestimmt gemafreie musik da kenne ich ja auch genug seiten ja und für die die das interessiert jetzt wenn ich da da bin ich äh beland ist das hatte ich ja euch angesprochen am samstag wird aber kein video geben äh da ich ein video schon mal hochgeladen habe vielleicht paar kleine ausschnitte wer weiß und das wochenende danach ist bei meiner heimat ein kein heimatfest sondern oldheimer treffen äh dazu werde ich ein sehr kleines video hochladen für die es die es interessiert so die können sich da ein bisschen freuen dann gibt es da ein paar videos dazu vielleicht fahre ich auch mal mit mit dem moped von meinem vater rum was ich wegbekommen habe weil ich damit hingefallen bin irgendwas weil ich damit hingefallen bin so ähm das war jetzt aber auch komisch ich steig aus zug hält an ich bewege mich nicht zug fällt auf immer weiter hat zuerst mal geguckt ok wer ist das und damit das wort fahren wir mal weiter ja ne das ist nicht ganz so das richtige durch die mutter macht alles was strom braucht bauen wir gerne oder auf jeden fall motor wir wollen ja eh alles haben das war ja über mein gesprungen haben 30 mal gesagt ja irgendwie alles mal ausprobieren also 20 k nur ist aber wenig silber und so also 16 jetzt gehen wir hin was habe ich gesagt welchen brauchen wir allein wo ist denn der gleich das ist cool das ist cool der leute steht bei dir unten oder weiß ich nicht mal gucken ob deine türen offen ist ja musik ist zwar zu ende aber die zeit nehme ich mir jetzt äh in der suite thermal wohnung crafting table nein weiser carpenter wohnung pulver liquids hast du da woanders maschinen hängen nein nur das was da unten ist oder ist wirklich nach oben haben wir überhaupt haben wir einen Alois Melter ja eigentlich ja oder ist er mal vor 3 Milliarden Parts kaputt der kaputt gegangen war nein aber ich glaube ich habe ihn in der kiste ach in der kiste ach in der kiste ach jetzt bin ich grad hier und ich glaube in der oberen ach ich guck mal die direkt am anfang die über obere ja müsste die sein ja ne das sind nur slips und alles drin vielleicht die untere ja ach das ist er mit der kohle bis feuern oder ja weiß ich doch nicht weiß ich doch nicht ja weil er so aussieht wie ein normaler Ofen da wird das bestimmt einer sein willst du mich rollen ja ich bin so fett wie ein Brat ach so okay sieht man ein bisschen komisch aus aber ja so äh ich möchte aber mal das hier machen jetzt dass es ja nur so eine maschine ist machen wir es so halt cool so ja gut da haben wir schon mal einen copper coil oooh wir brauchen ja noch so einen Haufen nein nicht iron bars copper coil fallen ich eben die ja zack oh ne leute ne 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 ich würde das erstmal nicht machen aber ich muss noch einkaufen geben wollte heute noch ein live machen deswegen lasse ich das ich lasse das hier aber durchbraten weil ich brauche jetzt noch die die diamond schar ja wie heißt er gleich diamant drawblades dann brauchst du auch wieder die strips und die panels iron panels dann brauchst du das iron es ist nicht viel aber dadurch dass ich heute noch was machen muss verabschiede ich mich heute der 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 ja single haushalt und da muss man einkaufen geben wenn man eine schöne woche keine zeit dazu findet ich lege mich ins bett auch wenn das nicht springt aber er hat style steil steil was ist das alles ein steil ja wenn ich dir ganz was gefallen hat wenn das überhaupt mal wieder angeguckt hat du kannst mir einfach wieder beleidigen gibt noch um wenn ich einen daumen nach unten schreibt mir natürlich ja doch schreibt mir in die kommentare ab er merken nicht tipps und tricks natürlich vielleicht auch was dieser frame ist weil ich zu wollen bis zu tun was zu machen zum nächsten mal vielleicht haben wir uns heute abend noch gesehen gehabt ciao ciao halt und die natürlich aufتيuel quand die kanal ciao muss verabschiede ich mich heute und der Brief auch female singlaushalt wo muss man einkaufen gehen wenn man jetzt schon eine Woche keine länger und so findet mich www.gridgrid promoten wenn ich da ganz was gefallen hat wenn das überhaupt mal wieder angeguckt hat du kannst wieder beleidigen gibt noch um wenn du keinen daumen nach unten schreibt mir natürlich ja doch schon in die kommentare ab er mehr nicht tipps und tricks natürlich vielleicht auch was dieser film ist weil ich zu wollen bis zu tun was zu machen zum nächsten mal vielleicht haben wir uns heute abend noch gesehen hat tschau tschau halt und geht natürlich auf hoher kunstleis play kanal tschau hoher kunstleis play kanal tschau